Pharisäer und Sadduzeer waren falsche Propheten und das waren eben die Prediger, die die Leute wollten. Nicht die Prediger, die die Leute tatsächlich brauchten, wie Johannes den Täufer. Und Pharisäer und Sadduzeer waren totale Irrlehrer. Die Sadduzeer haben die lebhaftige Auferstehung abgelehnt. Sie haben noch nicht mal an Engeln geglaubt. Sie hatten all diese komischen Irrlehrern. Und besonders die Pharisäer sind extreme Heuchler. Sie werden uns als extreme Heuchler vorgestellt in der Bibel. Pharisäer und Sadduzeer waren Gesetzesgelehrte, aber das Problem war eben, dass sie ihre selbsterfundenen Gesetze gelehrt haben. Hier ist der Witz an der Sache. Wir werden als harte Prediger als Pharisäer manchmal beschimpft. Wenn wir sagen, du darfst das nicht tun, du musst das tun. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit verkündigen, was wir natürlich tun sollen. Ihr seid Pharisäer. Aber das ist so ein Witz, denn Pharisäer waren totale Heuchler. Sie haben eben nicht wirklich Gottes Gesetz gelehrt, sondern sie haben einen Haufen selbsterfundene Gebote hinzugefügt. Und Jesus sagt, vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Siehst du, das ist das Problem, dass sie Menschengebote vorgetragen haben. Dass sie Gebote gelehrt haben, Gesetze gelehrt haben, die sie selbst erfunden haben. Wie zum Beispiel, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen muss. Das war für sie ein Gesetz, das die Jünger Jesu unbedingt einhalten mussten. Aber das ist kein Gesetz Gottes. Die Jünger Jesu haben nicht gesündigt, als sie mit ungewaschenen Händen Brot gegessen haben. Das ist ein Beispiel, das uns die Bibel gibt. Und Jesus sagt sogar über die Pharisäer, alles nun, was sie euch sagen, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Das heißt, sie waren Heuchler. Sie haben Gesetze gelehrt, die sie selbst gar nicht gehalten haben. Und eben einen Haufen selbsterfundene Gesetze hinzugefügt. Also wir sind keine Pharisäer, denn Jesus sagt zu den Leuten, alles nun, was sie euch sagen, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Natürlich gilt Gottes Gesetz. Natürlich gibt es einen Standard für Moral. Und was ist der Standard für Moral? Gottes Gesetz. Ohne die Bibel, ohne Gott gibt es keinen echten Standard für Moral. Das musst du akzeptieren. Und die Pharisäer, die waren aber eben totale Heuchler. Sie haben sich selbst nicht an Gottes Gebote gehalten. Sie haben einen Haufen Gesetze hinzugefügt, selbsterfundene. Einfach nur, um den Leuten schwere Bürden auf die Schultern zu legen. Sie selbst aber haben nichts davon gehalten.